Ich hab auch gefühlt zwei seriöseste Quelle nach Google, ja. Plus eins. Kriegst du sowieso gut aussehend heute? Ich hab so wenig geschlafen, ich kann wirklich gar nicht gut aussehen. Trainiert, wa? Trainiert, wa? Ja. Bist du trainiert wieder? Ich hab gestern wirklich Oberkörper trainiert. War ganz gutes Training. Aber kennt ihr das, wenn ihr manchmal einfach so aus dem Nichts ein Training habt, wo ihr am Anfang richtig Gas geben könnt und gegen Ende auf einmal so irgendwie, keine Ahnung, euch so ein bisschen der Drive verlässt? Das hatte ich gestern irgendwie so ein bisschen so. Die letzten Übungen waren irgendwie einfach, die konnte ich nicht mehr so, konnte ich nicht mehr so 100% geben. Weiß ich wieso. Habe ich dann nur noch 250 Kilo Banktraining gemacht. Ich hab wie sonst halt 290. Kenn ich was? Kenn ich nicht vom Training. Perfekt. Pfff. Von anderen Dingen sagst du? Mann, warum müssen die denn alle Schalldämpfe haben? Ausrüstungspieferung ist unterwegs. Ja, Serumwitch, manchmal echt so. Kann ich da sein, Bro. Könnt ihr aufhören, alle mich zu fighten, bitte? Neun Spot. Aber es war ne schöne 30er, Wunderbar. Ja. Okay. Rein in die 30. Rein in die 30. Oder rein in den Fulltot. Kann auch passieren jetzt. Der Feind sprengt über dem Gebiet. Ja. 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 Multiplayer. Ja. 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 Aber da gab es jetzt noch raus etwas noch runter. Wie kann ich da.... Ich wollte wirklich nicht von mir, wieso ich gerade aufgehört habe zu schießen, war auch lieber ja wirklich nicht. Oh mein Gott. Ticca. Ich habe aufgehört zu schießen, weil ich mir gedacht habe so nais ich kann jetzt eine Aufnahme über irgendetwas reden, was nicht mit so einem Video zu tun hat, da ist jetzt kein Kill machen, weil es sonst in die Aufnahme kommt. Die spielen gerade noch eine andere Runde, weil ich kurz rausgehen musste, weil ich die neuer YFoot Gaming Edition vorgestellt habe. Das habe ich gesagt, sie sollen eine Runde suchen und dann suche ich halt die Runde dazu. Ja. WTF? 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 Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Drohensreibstoff aufgebracht. Rückkehr zum... Gerd. Fäundlicher Soldat in der Nähe. Oh shit. Wurfmesser. Aber weil ich auch kein Lodi habe, ne? Der gerade ist auf. Walls. Ja, obviously. Das sind die besten 25. Fast an der Spitze. Auf jeden Fall noch Shots. Shots. Gib mir noch mehr Shots. Da war einer. Feindlicher Soldat in der Nähe. Ah. Ah. Oh. Oh, oh, oh. ein bisschen luft raus hier gerade dass wir in die action getten langsam warm im zimmer doch noch etwas mehr kann ich gehe andere seite und treibstoff aufgebraucht powerplay groß das kopfgeld auszuschalten das muss auch eine Wipe werden Da stand doch sogar x drücke x Das ist echt eine feine Lobine Kammer Wundervoll Schick die Aufklärung Feindlicher Soldat in der Nähe Das Gas ist hier auf dem Kern And my fuck all for part Drohntreibstoff aufgebraucht Rückkehr zum Auftanken Das Missionsziel lautet das Kopfgeldziel auszuschalten Verstärkung ausgeschaltet Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone überlegt Weniger als 10 Du hast es fast geschafft Drohntreibstoff aufgebraucht Rückkehr zum Auftanken Bleib wachsam Ein feindliches Rückerfeucht Mich hält niemand auf Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet Viel zu viel glücklich geklaut Das Gas ist ja Aufpassen Feindliche Drohne ist aktiv Es standen nur noch Dürf Und hier ist die nach Dürfen